Letztes Jahr eines scheint es ein ältes Paarchen zu sein. Nooo, weggitze! Wir haben hier am Abend ein Gläschen Wein getrunken und in den Fernsehen geschaut. Was? Und dann hat sie eines mal gemeint, ja, wir haben schon lange nicht mehr so gemotoren. Hä? Dann hat sie immer gesagt, ja, weisst du, welch der Rest schön ist. So dürftest du es gleich der Rest probieren. So, weisst du, ein paar Motoren hier miteinander. Dann hat sie gesagt, ja, du bist immer der beste Weg gewesen, wenn du alle von den Kommoden aus alle gehst, hast du Salz genug, hast du aufs Nest runter, weisst du? Dann hat sie gesagt, ja, Jesus. Ich komme noch von den Kommoden auf und dort... Sie haben dann mal mögen überschnurren. Sind wir dann um das Zimmer hoch und sie ist ins Bett drin gelegt. Und er ist dort auf die Kommoden hochgekledert. My body is climbing. Wenn er so doper war, hat er gesehen, dass er die Brüllen gar nicht bei ihm gehabt hat. Wie sie nicht, sie hören nix und ich weiss nix. Dann hat er gedacht, ja, heiter, ich habe, weisst du, hat er so geschaut, ist gar nicht sicher gewesen, was sie leid, weisst du? Du bist du mein Sohne nicht. Ich dachte, ja, da habe ich schon doper wieder so einen Anlauf genuhen, weisst du? Auf das Nest runter. Dann hat sie so links neben dem Bett runtergetätscht, weisst du? Oh! Mit einem Grind ins Nachttischli rein. Oh! My goddess! Dann ist er so halbwegs aufgerascht. Zwei Rippe drin. Am Kopf hat er die Blüten vom Nachttischli nachher. Dann hat sie so zum Bett ausgelacht und gesagt, du, wenn nur du etwas davon isst, hätte es gäbe ich keinen Wert mehr da. Yo llaco ya lo taco lo ratlado. Danni ihr jetzt aufgerissen. Dann wird das Wasserpult. Dann geht es dann nichts mehr. Dann geht es aufgerissen. Dann geht es abgerissen. Dann ich gehe und dann gehe,